Heute bei Big Brother. Ich kann es ganz schlecht einschätzen, ob ich das, wenn ich Tim wäre, kacke fände oder nicht. Bewohner, heute wird genagelt. Die Frage, welche Ebene gefällt Becci besser? Oh! Nein! Nageln! Uh, sexy! Und das ist gut, ne? Dann hauen wir auf den Arsch! Aber wie er es jetzt auf dem Markt, da würde Becci hier drauf eingehen. Dann kriegt er wieder die Muscheln. Lieber etwas langsam machen und sicher. Immi ist drin. Finde ich richtig nice. Becci braucht halt krass Bestätigung. Also das... Los! Jetzt hat er einen harten bekommen. Wer soll Big Brother verlassen? Rufen Sie an unter 01379 78 78 gefolgt von den Endziffern Ihres Bewohners oder senden Sie eine SMS mit den Endziffern Ihres Bewohners an 3x4 3x1. Die Entscheidung liegt in Ihrer Hand. Unter allen Teilnehmern verlosen wir diesen umweltfreundlichen SUV der Extraklasse. Der Volvo XC60 Hybrid kommt mit vielen Extras und hat einen Wert von über 54.000 Euro. Halt! Halt!